Ehm, man kann natürlich so lange warten bis Cäsar seine Truppenmann in unseren Dörfern hier irgendwie kaputt macht. Und das werden wir jetzt erstmal probieren und ja, okay, da waren 9 drin, das geht noch, beziehungsweise eher 10. Jetzt hat er die 8 M im nächsten Zug mal gehörig versorgen, das ist jetzt schon mal, das ist, das lass ich mir wirklich gefallen. Hm, 6, 7, 8, 8 Stück reichen, glaube ich, gegen 9, wenn ich mich da nicht täusche. Wenn ich schicke mir noch einen Namen, dann sollte das reichen. Jawohl, das hat gereicht, das ist ja unglaublich. Damit haben wir schon mal einen sehr großen Teil seiner Armee einfach so ausgeschaltet, finde ich schon. So, was nehmen wir jetzt an? Oh, da, da, da. Hm, ich bin mir gerade etwas unschützig. Dabei versucht man das hier. Nebenbei sollten wir unsere Verteileinheiten vielleicht mal so ein bisschen gebrauchen. Vielleicht rechts hinten läuft. Denn von hier oben brauchen wir jetzt hier nichts mehr. So, hier hin. Hier hin. So, jetzt haben wir oben alles rausgezogen, das ist okay. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Dass er das erobert, war klar, aber das ist uns relativ egal. Äh, Stellungskrieg FTW, ja. Wobei auch immer nur einer stirbt, aber ja. Oh, von da unten ist er jetzt mit acht Leuten gekommen. Da macht er jetzt aber ganz schön Feuer. Uh, das, äh, wird mal interessant, glaube ich. Ja, komm, den letzten können wir da auch noch reintun, also. Da brauchen wir nicht sparen. Wieso auch. So, und nun? Hm. Und nun? Greifen wir am besten. Am besten. Am besten. Hm. Die hier. Und dann würde ich noch mal behaupten, die Links. Das, glaube ich, das ist vollster. Wenn wir nämlich jetzt alle Gebiete hier rund um diese Hauptprovinz eingenommen haben, dann brauchen wir uns um die keine Sorgen mehr zu machen. Und das, äh, hätte diverse Vorteile. Hier können wir auch mal alles rausziehen, das brauchen wir nicht mehr. Hier können wir auch alles rausziehen. Und hier oben zieh wir nochmal nach hier. Genau. Da kann er sich dann nämlich nochmal die Zähne ausbeißen, wenn er will. Okay. Vor allem hat er da elf Leute drin. Mein Gott. Ja, gut, das war aber sein Angriff. Okay, dann, dann ist es okay. Ja. Dann beschwere ich mich nicht. Dann fahr hier rein, fahr hier rein und den Rest hier rein. Und greifen mit fünf Leuten die fünf Leute an, ja. Jetzt geht's aber los hier. Juhu. So, und nun. Ich behaupte, wir machen jetzt mal zunächst mal dir. Das ist schon mal recht sinnvoll. Und danach, 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 danach. Ich hab' ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen hier unten weiter, ja. Hier unten das Gebiet ist mir am freundlichsten. Oh, Römerkegel. Das ist eines der schwierigsten Minispiele, meiner Meinung nach. Benutze den Felsbrocken, um die Römer in der vorgebenden Zeit umzustoßen. Joa. Eigentlich recht einfaches Spiel. Moment, ich muss aber trotzdem nochmal drücken. Ich drücke die Angriffstaste zum Römerkegel. Okay, ja. Boah. Ja, okay, das ist, äh... Ich finde, das ist eine lustige Idee. Und... Ja, gut. Idefix nicht treffen, sonst gibt's Minuspunkte. Wie immer. So, jetzt können wir spielen. Spielen, spielen, spielen. Macht sich bereit. Bla, bla, bla. Ja, und jetzt erst mal. Hä? Ja, super. Danke. Drücke die Angriffstaste zum Kegeln. Ja, ist klar. Vor allem, weil Enter auch so eine Angriffstaste ist. Och, Mann, das war dumm. Also, im Römerkegel bin ich definitiv ein Versager. Das kann man so festhalten. Oh, drei Leute. Ach, das war dumm. So, komm, komm, komm. Jawohl, nochmal drei. Komm, jetzt aber. Jetzt geht's aber los hier. Ah, der da hinten ist zu lang. Nein. Wieso trifft der den nicht? Nein. Nein. Ja, komm, zwei. Jetzt brauche ich nochmal einen Dreier. Jetzt muss nochmal einen Dreier her. Nein, die gefingst. Nein. Oh, du knapp. Und da kommt der nochmal. Oh, nee. Nee. Zwo. Eins. Nein. Du hast verloren. Super. Schade. Und das war dann auch unsere Anlösphase. Römerkegeln, wie gesagt, eines der für meine Verhältnisse schwierigsten Spiele. Bin ich so der Meinung jedenfalls. Oh, ziehen wir alles mal nach hier. Können wir noch was nach hier ziehen. Genau. Wunderbar. Im Dorf brauchen wir jetzt erstmal nichts. Da soll er erstmal hier ankommen. Uh. Mit zwei Leuten hat er drei geschlagen. Tier. Und hier hat er auch noch zwei weggehauen. Oh mein Gott. So, dann tun wir noch hier gleich nochmal drei rein. Genau. Und hier. Ja, der Rest kann hier rein eigentlich. So. Lass mal hier reinnehmen. Und dann probieren wir uns nochmal römerkegeln, würde ich sagen. Wenn das eben mit der Angriffstaste geklappt hätte, hätte ich es eindeutig geschafft. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Nee, aber römerkegeln ist wirklich... Also früher habe ich da oftmals dran gehangen. Und... Ist nicht unbedingt das einfachste Spiel. Aber gleich am Anfang schon mal ein Dreier. Das ist... Das ist schön. Ja. Und danach dann voll verkackt. Das ist nicht schön. Aber egal. Uh. Ah. Schade. Nein. Nicht idefix. Komm. Ja. Glück gehabt. Gut. Okay. Nicht gut. Egal. Den hinten treffen wir noch. Genau. Nein. Höh? Egal. Jetzt machen wir einen Dreier. Komm. Poff. Und zack. Jawohl. Und... Das war dumm. Und jetzt hier vorne. Komm. Komm mir vor. Nein. Hättet ihr denn nicht auf der anderen Seite rauskommen können? Jawohl. Noch ein Dreier. Und jetzt noch... Noch Komm. Noch zwei. Ja. Genau. Das waren die zwei. Jetzt am besten kein Idefix mehr zu treffen. Okay. Jetzt können wir minus eins auch mal egal sein. Ja. Trifft sogar nicht mal. Fack. Jo. 40. Also das ist... Das ist meine Summe. Naja. Das ist schön. Vier extra Zaubertränke. Und da können wir gleich mich unten ein bisschen weiter ärgern. Obwohl vielleicht solche Römerwerfen nicht so viel abziehen. Hm. Naja. Tu mir hier noch was rein. Dann passt das. So, bitte Cäsar. Dann zeig uns mal was du drauf hast. Ähm. Ich weiß nicht mal, ob ich das Spiel jetzt in einem Rutsch durchmachen werde. Ich weiß nicht mal, ob ich das Spiel jetzt in einem Rutsch durchführen kann. Ich weiß nicht. Boah. Ich muss übertreiben. Übertreibt. Übertreibt. Was soll's. Was soll's. 7. 1. Okay. Da fällt mir die Wahl nicht schwer. Wie viel waren da drin? Ich weiß es nicht. Übrigens haben alle Provinzen hier Namen. Das sollte man vielleicht... Und die Landkarte entspricht ja auch so'n bisschen Gallien. Und ja. Ob das jetzt auch wirklich die damaligen Provinzen waren, ob die so hießen, kann ich euch leider nicht sagen. Oh. Wieso bin ich jetzt mit 3 rein? Komm, das kann klappen. Das kann klappen. Das klappt nicht. Hopla. Es war so klar. Oh nein. Die haben ja 6. Scheiße. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Komm, jetzt kann's aber mal wirklich klappen. Oh Mann. Was ist das bitte? Das ist doch... Oh. Ah. Nein. Blöd. So. Erobern wir noch das hier. Und dann sind wir hoffentlich endlich mal... Naja. Inwiefern verteilen wir jetzt hier. Hm. Also irgendwie... Ich komm, wir lassen es sein. Ich mach mal. Er wird da oben jetzt vielleicht einfallen, aber... Da können wir dann auch direkt zurückschlagen. Okay, das hat er verkackt. Und jetzt macht er natürlich gleich noch... Hauptsache Kopf durch die Wand. Ja gut, das reicht. Mir reicht's eigentlich dann auch. Dann können wir. Wir verteidigen hier mal unsere Fronten und merken nebenbei, dass der Sozi blöd ist, weil er eigentlich da oben hätte angreifen müssen. Entschuldigung. Boah, das war jetzt... Das war jetzt... Das musste sein. Nee. Oder auch nicht. So. Hm. Hm. Ja. Nein. Bla bla bla. Jetzt gehen wir am besten nochmal hier hinten ran. Genau, wir gehen am besten nochmal hier hinten ran und merken dabei, dass Sozi's Aufnahmeprogramm verkackt hat und er deshalb jetzt diese ganze Passage extra für euch nachsprechen will. Weil, ja, bin ich nicht nett. Nein, eigentlich nicht, aber... Ja, das macht sich ein bisschen ungut. Ich weiß auch nicht, bei meinen Aufnahmen ist irgendwie der Ton verrutscht oder so und... Dann war die Aufnahme nicht mehr synchron und irgendwie hab ich auch nicht mehr den Audio-Teil gefunden, der synchron war. Wir merken, dass Cäsar unsere frisch eroberte Provinz, wo wir sechs Leute reingestellt hatten, einfach mal mit acht angreift und uns damit die abnimmt. Ähm, ja, aber ich muss sagen, in diesem... Ja, hier hatte ich viele Audio- und Videoaufnahme-Fails, ich weiß nicht, woran das lag. Ich glaub, mein PC verträgt das Spiel nicht oder so. Ist ja auch eigentlich für Windows 98 gedacht. Naja, was soll's. Wir gehen jetzt jedenfalls mit sechs Leuten dann auf das andere zu. Und schaffen es auch, das zu erobern. Ist das nicht schön? Ähm, zum Glück ist das keine allzu lange Passage, die ich hier nachspreche. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Minispiel, das sich Hauders Fass nennt. Hier müssen wir, ja, alle Gegner besiegen und die Fässer zertrümmern und das fliegende Fass finden und das dagegen springen. Genau. Irgendwie so. Ähm, wir machen eine skillige Attacke und hauen den Legionär auf den Boden mit seiner eigenen Lanze. Mit seinem eigenen Speer, keine Ahnung, wie man das nennt, Speer wohl eher. Ähm, machen hier alle Fässer kaputt, damit wir uns die Münzen holen. Denn, wenn wir alle anderen Fässer, also da ist aber das fliegende Fass, wenn wir alle anderen Fässer vorher öffnen und uns die Münzen holen, bekommen wir extra Zaubertränke. Wir haben jetzt alles geholt und bekommen dafür fünf Zaubertränke extra. Wer hätte das für möglich gehalten. So, mit den fünf Zaubertränken, die wir extra bekommen, können wir natürlich auch gleich nochmal in die Offensive gehen und uns hier unten die unterste Provinz neben der Piratenstadt holen. Ja, die Piratenstadt. Wir werden später noch viel Spaß damit haben. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man das sieht. So. Dann verteilen wir nochmal unsere Fronten. Äh, merken dabei, dass wir nicht überall fünf drin haben. Und da oben immer noch vergessen haben, zu verteilen. Und Cäsar geht natürlich mal wieder voll ran mit seinen sieben Legionären. Voll auf uns drauf. Ach, was soll's. Und auch da oben macht er uns jetzt die Grenzen strittig. Solange er nicht direkt neben unserem Dorf landet, ist das aber alles noch keine wirkliche Bedrohung. So, da oben füllen wir jetzt mal ein bisschen was rein, damit wir da wieder zurückschlagen können. Nebenbei füllen wir hier unten dann noch die letzten drei rein, damit wir auch da wieder die Provinz zurückerobern können. Und gehen gleich mal mit drei gegen drei in dieses Dorf. Schaffen es auch, das zu erobern. Und da oben nehmen wir jetzt sechs Leute und gehen auf das zu. Aber es war vollkommen unnötig, weil es sowieso nur ein Minispiel war. Weil ein Minispiel kann man auch sogar mit einem einzigen, wenn man das Minispiel schafft, die fünf, die drinstehen, besiegen. Von daher war das ein bisschen übertrieben. Dafür bekommen wir, wenn wir in ein Minispiel mit mehreren Zaubertränken reingehen, mehr Zeit und ja, auch mehr Leben. Zum Beispiel bei Hauders Fass, also wir bekommen jedenfalls Vorteile. Und irgendwie merke ich, dass ich in diesem Spiel irgendwie ganz gut bin. Bis jetzt noch keinen Fehler gemacht, das ist nicht schlecht, ja. Jetzt noch die beiden weghauen und den und den und den und den. Ja, genau. Oh, noch zwei Zerturios. Bis jetzt immer noch keinen Fehler. Oh ja, Troubadix verhauen. Das ist natürlich immer bitter, aber Troubadix zu treffen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Hol der eben so schnell hin und her. Jo, 67 Punkte, vier Zaubertränke extra, das ist fast das Maximum. Auch das wäre hiermit geschafft. So. Ja, dann können wir da oben natürlich mit den frisch gewonnenen Zaubertränken direkt wieder in die Offensive gehen. Und uns nochmal das nächste Dorf erobern.